Und hier sind wir auch gerade wieder bei einer kleinen Hunde, Dota 2. Heute einmal habe ich mir gedacht, wir holen uns einen kleinen... Also, der geht auf... Carrie. Naja, okay, der hat... Carrie? Carrie? Okay, der nicht. Und der auch nicht. Das heißt... Achso, wir sind ja der hier. Okay, der hat hier schon mal... Okay, aber er erscheint nicht auf Carrie gehen zu wollen. Ah, der schon, der auch. Okay, dann... Würde ich mal vorschlagen. Ach, komm. Hallo? Wie willst du da, Lexbike? Hallo? Leute, ich habe keine Ahnung. Wir nehmen jetzt... Ich will einen spielen, den ich noch gar nicht gespielt habe. Ich will jetzt auch noch die Zeit totschlagen. Ich spiele jetzt... Habe ich auch schon gespielt. Entschuldigung, dass ich so lange brauche. Ach, komm, wir nehmen jetzt einfach den einen da hinten. Den hier nehmen wir jetzt einfach mal so. Aller dann... Spielen. Ach, und die können einfach schreien gehen. Aller dann... In der Mitte ist einer, unten sind zwei, dann gehen wir mit dem nach oben. Ähm, was machen die Attacken? Erzeugt eine schädigende Leere, die ein Geger schon von anderen Schaden von so weit betäubt, auch kurz, so dass kann er denn brauchen werden. Der Night Stalker erfüllt eigentlich ihren Schaden mit Schaden, sodass er wegen Geneseffekt hält bei Nacht länger an. Night Stalker ist in der Nacht in seinem Element, während er mit Lahrangreiften sich bewegt, dann machen wir das erstmal. Sind wir jetzt nah oder fernkämpfer? Eigentlich müssen wir ja nahe Kämpfer sein, aber jetzt... Lol, wie weit müssen wir hier reinlaufen? Jo, wir sind nahe Kämpfer. Ach, ich kann den jetzt auch? Ja, da merken wir mal, der macht ja noch gar keinen Schaden. Oh, der macht aber schon guten Schaden. Manor ist ja in Tudor 2 echt ein massives Problem, liebe Leute. Ich habe auch Level Up, jo. Und hier kann ich auch einen auswählen. Als du stark pushen haben, dann haben die einen Camper oder einen Jungler oder wie das? Ach, komm. Vielleicht pushen wir auch etwas zu arg, ich weiß nicht. Geh doch da weg! Ja, okay, das war jetzt einmal ein Fail. Lass es jetzt so da, natürlich. Ich weiß nicht, dass... Ich weiß nicht, dass ich jetzt so da, natürlich nicht so da, natürlich nicht so da. Was ist denn die Ulti? Lol, sieht ja so aus wie Sieht so aus wie bei Nocturn Jetzt hör doch mal auf, ey, ich hab doch nie Eltrank Nocturn, sagt ihm das gerade Nocturn Hat sich irgendwie gerade, oh, wir haben First Blood gekriegt, was? Das hab ich gar nicht gemerkt Weg 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 Hä, aber wieso? Aber wir haben doch auch schon neun Hä? Was macht denn der da? Okay, der will anscheinend Weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf Ja, weiter drauf, weiter drauf Weiter drauf